Herzlich Willkommen wieder hier bei mir in Arnis Welt. Für unsere Wasserquellenfreunde haben wir heute eine ganz besondere Attraktion. Im schönen Freiberg in Mittelsachsen in dem Postleitzahlengebiet 09 599 befindet sich eine Grundwasserquelle. Diese Quelle ist noch auf keiner Liste verzeichnet. Wir freuen uns sie, euch heute exklusiv mitteilen zu können. Es handelt sich um keine natürliche Quelle, sondern um einen gemauerten Brunnen, der Grundwasser führt. Der Überlauf speist allerdings wieder in einen Bachlauf. Du findest diesen Brunnen im sogenannten Hospitalwald, am Waltersdorfer Weg. Du schreitest ca. 300 m in den Wald. Der Brunnen befindet sich ca. 10 m im Wald auf der rechten Seite. Jetzt blende ich dir hier die Koordinaten ein. Bitte speichere sie dir für Notfälle ab. Natürlich wird diese Quelle mit in unserer Wasserquellenübersicht mit aufgenommen. Unsere Übersicht wird stets aktualisiert. Wenn du uns und unsere Arbeit unterstützen möchtest, freuen wir uns sehr. Teile uns auch bitte gerne deine Quellenangaben mit. Du kannst das in dem unter diesem Video verlinkte Kontonummer tun. Hab herzlichen Dank für deine Unterstützung. Bitte teile uns in den Gruppen der Wasserquellenübersicht auch deine Quellen in deiner Umgebung mit, damit die Listen immer weiter aktualisiert werden können. Herzlichen Dank! Natürlich freuen wir uns auch über deine Bilder und Videos von deiner Quelle. Belebt den Chat und zeigt uns, was bei euch in eurer Gegend an Quellen vorhanden ist. Nun wünschen wir dir noch viel Spaß in unseren Wasserquellengruppen und freuen uns, wenn ein reger Austausch über Quellwasser stattfindet. Alles Liebe wünscht dir deine Ani von der Landsitzliebe.